Hast du das erkannt? Als du dann gesagt hast, der Typ, der auf meiner Seite mit mir wohnt, da habe ich dann erkannt, dass du mein Leute bist. Okay, das war schon viel zu spät. Das war ja schon viel zu spät. Oh nein. Viel Spaß. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. Oh, dachte ich kurz wie ein Jester. Spoppa. Krass, Überstunden wurden auch geschoben, ja. Was? Dankeschön für dein Prime Gaming Abonnement. Scheiße, sorry. Liebe geht raus. Habe ich gar nicht gesagt. Ja, war eine gute Runde, denke ich. War keine schlechte. Zumindest. Sleeping Soda und Glas Schnappi. Danke für die Recepts leider. Okay, wir haben hier... Paar Leute. Drei Reaktor und Lab. Und da wendet jemand auf jeden Fall rum. Oder? Ne, muss nicht unbedingt. Die VIP ist gestorben. Da wendet jemand den Balkon runter und es ist nicht... Mensch, ey, da ist nur eine neutrale Rolle gestorben. Da blut, 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 da blut. Da ist gar nicht drauf geachtet. Aber Himmelblau war das ja. Da hat das blaue Pferd. Sorry. Ja, als Seer ist das ein bisschen... Da weiß man immer gar nicht, ob das jetzt VIP ist oder nicht. Das kenn ich, das Problem. Ja. Das, ja. Also wir haben zum einen einen Ninja. Zing. Der Reggie liegt vor der Decon. Äh, unter, also direkt neben dem Locker Room. Und da sind grüne Blätter drumherum. Fein, fein. Ähm. Und da ist gerade ein vent gehüpft. Was soll ich das? Also ganz knapp verpasst. Also kann ich Jumm rausnehmen? Ja. Malheur ist raus, nur steht neben mir am Appen-Table. Jumm, Jumm. Es kann nicht gewesen sein, Vlesk, Timboros, Alex und äh... Oh, wer war noch da? Also ich hab Jumm oben beim Reaktor, äh... Genau. Die hab ich auch noch im Blick jetzt gerade. Und Vivi auch. Irgendwer... Ich steh auch im Reaktorkern. Du bist gerade nach unten gelaufen. Wer steht denn gerade auf dem Balkon? Ich stand bis gerade auf dem Balkon. Vorhin nicht. Oh, okay. Ich stand nie, äh, ich stand nie leitz. Ja gut, äh... Aha. Irgendwer ist mir da entgegengekommen. Ich weiß nicht mehr wer. Ja. Warte mal ganz kurz von dem Ausschlussverfahren, was jetzt gerade gecallt wurde. Es muss Franzi sein. Ist doch theoretisch nur Franzi und Avlona übrig, oder? Ja sag ich doch, es muss Franzi sein. Es muss Franzi sein. Hey, und ich dachte Tim auch, oder? Hab ich jetzt was verfolgt? Nee, ich nicht. Tim nicht gerade gecallt von Malheuris? Ja, du nicht, Tim. Malheuris, ich hab ihn gesehen oben und ach... Mann, Franzi wirklich da, aber das ist auch immer so... Es ist Franzi... Die macht aber immer so schlechte Kills einfach. Ist es wirklich Franzi? Ja. Franzi hat diesen... Hat diesen orangenen Schweineskind, oder? Ich hab auf Franzi schon gevotet. Es ist Franzi oder Avlona? Ja. Spielt sie auf Jester und ist Imposter? Ich glaub schon. Sie ist kein Jester. Okay. Ja, ich glaub ich auch nicht. Ich glaub aber, sie spielt so. Also wenn... Ich hab das Schweinchen gevotet. Ich hab Franzi gevotet. Das find ich ganz schlecht. Das ist eine ganz doofe Taktik, die ganze Zeit Jester zu kleben. Jawoll. Das ist nicht fein. Oh! 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 Das wär jetzt insane. Oh! Ich hab draufgesoppt, weil ich glaube, dass ich gesehen habe, dass die Person, die rumgewendet ist, unten beim Balkon rausgekommen ist. Ist natürlich ein bisschen frech, aber ich musste meine Rolle irgendwie ausnutzen. Und Mamadibu... Muss man ja! Beispiel erro. Jos mache ich meine Tasks. Ah? Tony, Malöres. No,lic. Blaubeere, wo man gießt kann eben. Jetzt ist die Frage wer Nummer zwei ist. Mann Franzi jetzt wird es aber wild. Als Leitz aus war, ist Alex in Office gelaufen und ich habe oben meine Blumen gegossen. Dann bin ich fertig damit, laufe nach unten und sehe im Fock gerade noch die Wind aufspringen, gehe nach links und dann liegt Alex da tot. Also der ist vor drei Sekunden gestorben. Das ist tragisch. Und die Person ist gerade im Wind bei Electrical. Es muss Frank nie. Aber ein Windkill passt auf jeden Fall nicht zum Ninja. Ein Ninja könnte ja einfach, beziehungsweise sind da Blätter? Ich habe keine Blätter gesehen, ne ja. Die müssten eigentlich da sein in der Zeit. Also behaupte ich mal, es war ein normaler Windkill. Ich wollte Items gerade forcieren, dass Malheuris doch irgendwie callt, dass da ein Ninja vielleicht gekillt hat. Weil er so gesagt hat, hat da nicht vielleicht andere Blätter? Ich wollte damit theoretisch die Theorie von mir, dass Avlona der Ninja gewesen sein könnte, noch mal näher überprüfen, weil wenn jetzt da keine Blätter sind, könnte der Ninja wirklich raus sein im Laufe der Zeit. Aha. Das könnte aber auch der anderen Posse gekillt haben, ne? Ja klar, deswegen. Aber es ist trotzdem, je weniger Ninja-Kills nach dem Vote da sind, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass der Ninja raus ist. Das stimmt. Oh, der Ninja ist einfach vorsichtig. Jetzt. Oh mein Gott! Oh verdammt! Was ist passiert, hä? Der Ninja ist einfach vorsichtig. Ich war mir so sicher. Ich war mir so sicher, dass Timhorus Swapper ist. Ja, es tut mir sehr leid, aber ich war am Admin-Table und hab gesehen, dass die Person so langsam zum Balkon rübergewendet ist und dann frag ich so, wer ist denn gerade auf dem Balkon? Und du so, ich? Wo war der? Verdammt! Also, das ist eh wurscht, weil sich schon so viele rausgenommen haben und dann war ich ja immer schön überrascht. Am besten gar nichts sagen. Immer gar nichts sagen. Ja. Das geht immer am besten. Ja, mein Kollege war ja ewig. Ich stehe gerade neben Timhorus und wenn er sagt nein, dann wird er gewordet. Ich dachte, das wäre halt... Mach ich in der nächsten Runde einfach mal ganz unauffällig. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich kann nicht mehr. Aber danke für den Swap. Gerne. Ja, war super. Du hast es gewesen, wenn er nicht geswopt hat. Ja, ich musste Franzi mal rennen. Ja. Stich. Bin ich wieder gestorben. Stich. Hat er nur gemacht, damit es bei den nächsten drei Mal killen wieder gut fühlen kann, weißt du? Aber ich konnte es nicht mehr tun. Also, gut. Du warst der Meier, ne? Dann haben wir ja wirklich alle dich gewordet, Franzi. Ja. Ja. Es wäre bitter gewesen, wenn sie Chester gewesen wären. Und sage den Sch exciting. Bis zum nächsten Mal! 時 der Person. The-Dream.